Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe jetzt hier der Aktienfinder.net, den Aktieninskinder für Wachstumswerte. Hier dreht es sich ums langfristige Investition, in Aktien und von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und das Ganze soll so möglichst wie einfach gehen und deshalb gibt es im Aktienfinder ein neues Feature. Und zwar kann man jetzt Kommentare hinterlegen, das heißt man kann zu jeder Aktie schreiben, was man sich denn da überlegt hat. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Man kann ja bereits seit längerem eigene Limits eingeben, Kauf- und Verkauflimits und Kommentare, das ist jetzt quasi das Nächste, was man selbst eingeben kann. Vielleicht nochmal zur Wiederholung, wenn man hier eine Aktie hat, dann kann man sagen, zu welchem Preis man bereit ist, sie zu kaufen, zu welchem Preis man sie möglicherweise verkauft. Wir sehen hier, dadurch, dass es hier grün schon markiert ist, die Zahl, die Verkaufszahl 185 Euro, dass dieses Verkaufslimit quasi schon überschritten ist. Weil der Kurs ist bei 185,49 Euro, dann kann man sich hier auch einfach diesen Preisalarm zusenden lassen. Den bekommt man dann auch regelmäßig zugestellt, einmal am Tag und da sind dann alle Aktien drin, die hier vom Limit her überschritten sind. Und so sieht das Ganze dann aus, diese E-Mail, die man dann bekommt. Und dann hat man hier zwei Listen mit Kaufkandidaten und Verkaufskandidaten. In meinem Fall hat man jetzt eben nur eine einzige Aktie bei den Verkaufskandidaten. Das wäre jetzt eben 3M mit dem Verkaufslimit 185 und der Kurs ist, wie gesagt, gleich drüber 0,3%. Wir haben es noch nicht aufgemacht heute in den USA, deshalb gibt es hier noch keinen Kursgewinn für heute. Also das gab es jetzt schon länger. Und jetzt haben wir eben noch eine andere Geschichte und zwar sind das hier die Kommentare. Wir haben jetzt also einen dritten Reiter und in dem Kommentar kann man beliebig was eingeben und zwar immer für die Aktie, die selektiert ist. Momentan haben wir hier unten die First Source Corporation und entsprechend gibt es auch dann einen Kommentar für die First Source Corporation. Was kann man da jetzt eingeben? Unterschiedliche Dinge, wenn man sich zum Beispiel mal jetzt SAP anguckt, angenommen, wir würden uns für die Aktie interessieren, da habe ich auch schon einen Kommentar. Also man sieht hier, dass bereits ein Kommentar existiert. Wir selektieren die Aktie und da ist der Testkommentar, eine Vorbereitung für dieses Video. Genau, den löschen wir jetzt mal schnell, da haben wir keinen Kommentar mehr. So, was kann man dann da jetzt Sinnvolles mit anstellen? Zum Beispiel könnte man sich überlegen, wenn man SAP als interessant betrachtet, ist ja ein interessantes Unternehmen, dann gibt es unterschiedliche faire Werte und dann fragt man sich ja immer, ja, zu welchem Preis möchte ich die denn kaufen? Und dann gibt es, je nachdem, welche Fair Value man nimmt, welche Methoden, kriegt man unterschiedliche faire Werte raus, zu welchem Kurs also die Aktie fair bewertet ist, schwankt hier zwischen 51 und 92 Euro. Und ich würde dann zum Beispiel die beiden hier nehmen oder also einen Mittelkurs zwischen Fair Value, basierend auf dem Gewinn und dem operativen Cashflow nehmen, wäre zum Beispiel 75 Euro. So, dann hätte ich hier die 75 Euro reingeschrieben und dann wäre es halt noch ganz interessant, dass man sich merkt, wie man denn auf diese 75 Euro gekommen ist. Und das könnte man zum Beispiel hier hinterlegen, das heißt dann, das kommt auf Gewinn operativen Cashflow. Theoretisch könnte man da jetzt auch noch dann die Zahlen genau hinschreiben, die man da hat, je nachdem, wie fleißig man das Ganze machen will. Dann könnte man auch nur zusätzlich sagen, wie viele Stücke man zum Beispiel kaufen will. So, hier dann, kauf 100 Stück und dann kann man den Kommentar speichern. Und in dem Augenblick, wo man das da abgespeichert hat, dann sieht man hier ein kleines Kommentarfeld. Können Sie jetzt mal darauf achten hier. So, das ist jetzt also schon passiert. Und dann gibt es hier einen Tooltip und dann sieht man eben, was man eingegeben hat. Das heißt, man muss nicht jedes Mal die Aktie selektieren und dann hier den Reiter aufmachen. Man kann dann diesen Tooltip einfach benutzen. Sieht hier anhand vom Tooltip erstens, dass die Aktie einen Kommentar hinterlegt hat. Und zweitens eben kann man dann auch sehen, was da hinterlegt wurde. Diese Tooltip-Variante wurde deshalb genommen, weil theoretisch wäre auch möglich gewesen, eine eigene Spalte zu nehmen. Aber man kann hier den Kommentar relativ lang machen. Also 255 Zeichen sind erlaubt. Und das heißt dann, die Spalte wird dann entsprechend so lange, dass es möglicherweise über den gesamten Bildschirm ginge. Und es ist dann doch zu viel des Guten. Allerdings, wenn wir den Excel exportieren, dann sehen wir auch diese neue Spalte. Kommentar. Ich mache das mal. Da ist jetzt das Excel-Sheet schon. Enthält nur diese eine Aktie, also SAP, weil wir SAP eingegrenzt haben, hier gefiltert. Und wir haben dann die Spalte mit dem Kommentar ganz rechts. Und sehen die eben hier. Sodass in Excel der Kommentar zur Verfügung steht. Das Ganze war ein Wunschfeature. Also Sie können da reinschreiben natürlich, was Sie möchten, was Ihnen als hilfreich erscheint. Und ich denke, damit geht dann die Suche noch ein bisschen effizienter von der Hand, als es sowieso schon der Fall war. So, ich hoffe, das Feature gefällt Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.